Was machst du da? Ja, wir sagen jetzt doppelt. Nein, das ist Firefox. Ja. Oh Mann. So. Okay. Siehste? Ja, das ist manchmal so. Das ist komisch und ich mag es nicht. Dann musst du es halt umbenennen. Spiele auch Games, kann man sagen. Ja, das muss ich bei Pokémon auch machen. Ja, aber dann warte, dann brauche ich ein neues Fenster. Ich kann das nicht umbenennen. Okay, dann kannst du das nicht umbenennen. Nein, weil ich dann das andere dann auch umbenenne. Nein, ich will es nicht umbenennen. Finger weg. Dann mach es weg. Achso, ich muss ja erstmal die Sperrung auf. Nein. Ein Chaos, Leute. Aua. Ich werde geschlagen. Gar nicht. Fensteraufnahme. Jetzt hier, neue. Gingens 200. So. Nein, da oben. Hier. Genau. Da, hier. Da hast du. Ja, siehste. Vielleicht hättest du es umbenennen sollen. Hab ich doch. Ja, nicht Games 2. Ja, ist doch Schnuppe wie ich das bin. Das sieht doch kein Schwein außer mir. Was meinst du, warum ich das immer benutzen muss für Pokemon? Denkst du, das hab ich mitbekommen? Ja. Ja. Ich wollte auch nicht. Malta spiele, ähm. Bild streamen. Das ist keine Ehekrise. Ich hab auch keine Zerstörungskraft. Was? Zerstörungskraft? Kröntchen meinte, Wolfis Zerstörungskraft ist los. Ach so. So, und jetzt hau ab. Ich brauch dich nicht mehr. Tora. Geh und erledige deine Modpflichten. So. Also wenn jetzt der Ton nicht geht. Aber du sollst. Oh, es geht, es geht, es geht. Uh. Okay. War das jetzt zu laut für euch? Hört ihr mich gut? Ich weiß es ja nicht. Ihr müsst es mir sagen. Okidoki. Neues Spiel. Die Geschichte von Jimmy Hall. Findet Jimmys Geheimnisse raus, indem du Geister über die Sache befragst, die du findest und somit Zusammenhänge herstellst, die die Geister zum Auftauchen veranlasst. Jimmy wird sein Bestes versuchen, sich daran zu hindern, die Wahrheit herauszufinden. Hat das schon mal jemand gespielt? Ist es schlau, das Tutorial zu machen? Oder irgendwie sowas? Kann mir das einer sagen? Ja, Controller ist verbunden. Oh. Oh. Dann wird es jetzt lustig. Ja gut. Hallo? Ach da. Dann machen wir es doch einfach. Vollständiges Tutorial anschauen. Ja. Das sollte ich vielleicht. Also. Und. Ein Blicke. Nein, du darfst nicht gehen. Du musst mit mir zusammen leiden, Nuki. So. Also. Ein Blicke. Das ist Jimmy Hall. Genau. Er hat böse Pläne für Mayas Freunde. Maya ist geflogen. Jimmy weiß, dass er sie aufhalten muss. Die Jagd. Jimmy versteckt sich, wo immer er kann. Um Ecken. In einem Schatten. Und warte darauf, dass du kommst. Oder schleicht sich von hinten an sie heran. Er kann sich nicht auf der Treppe verstecken. Oder im Erdgeschoss. Oder im Keller. Strategie. Wenn Jimmy sie sieht, gehen sie. Auf einer. Aus seiner Sichtlinie. Du kannst dich in jedem unverschlossenen Raum verstecken. Wenn Jimmy reinkommt. verstecke dich in einem Kleiderschrank. Oder im Badezimmer. Benutze den Türspion im Gästezimmer. Um zu sehen, ob Jimmy draußen ist. Rufen sie, um ihn anzulocken. Um zu kontrollieren, wohin er geht. Finde Zimmerschlüssel in Schubladen. Schließe Jimmy aus den Zimmern aus. Oder sperren sie ihn ein. Wenn sie zuerst hinkommen können. Überprüfe die Räume schnell, indem du die Schlüssel schaust. Die To... Das frage ich mich auch. Jimmy hat eine mörderische Vergangenheit. Seine Opfer haben ihn nie verlassen. Sie spuken immer noch im Hotel. Nutzen sie den Geisterempfänger, um mit ihnen zu sprechen. Fragen sie nach den Dingen, die sie gesehen haben. Und erfahren sie ihre Geschichte. Fragen sie nach wichtigen Zusammenhängen. Dann werden sie erscheinen. Dann folgen sie den plackernden Lichtern. Und achten sie auf seltsame Geräusche. Nutze einen Kompass, um dich zu orientieren. Wenn sie in der Nähe sind, schauen sie sich weiter um. Oder halten sie still und schauen sie vorerst. Majas Talent. Maja kann in die andere Welt sehen. Geh an einen schwach beleuchteten Ort. Dann benutze den Spiegel. Du wirst sehen... Bäh, das war zu schnell. Der Standort von Geistern. Verbindungen zwischen Gegenstände und Geistern. Manchmal schielt Jimmy Dinge, wenn er sie erwischt. Suchen sie nach ihren Geisterempfänger im Lagerraum im ersten Stock in der Nähe der Treppe. Finden sie Kompasse und Schlüssel in den Gästezimmern. Lesen sie die Geisterempfänger Anleitung für weitere Tipps zur Geisterjagd. Das sieht mega cool aus. Das sieht echt cool aus. Aber ich würde sagen, wir machen kurz zwei Minuten Pause, bevor ich mit dem Spiel anfange. Weil ich muss mir noch was zu trinken holen. Das ist eine sehr gute Frage. Aber einfach das Gesamtbild angucken. So. Wie gesagt, zwei Minuten Pause. Ich muss mal was zu trinken holen. Ich habe hier nichts stehen. Also bis gleich. So. So, 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 so. Jetzt kurz nochmal. Hier. Und da. Richtige Position machen. Hallo. So. So. Genau Kölnchen. Wasser Marsch. Mach nur auf Geräusche zu machen. Die will keiner hören. Na. Da und. Ab geht's. Ähm. Wähle dein Spiel. Wähle Standardspiel oder Extremspiel. Wenn Jimmy dich beim Spielen des Extremspiels angreift, nimmt er jedes Mal fast alle. Dein aktuelles Spielgeld verloren, wenn du ein neues beginnst und deine Erfolge werden zurückgesetzt. Wir sind ja nicht doof, oder? Oh Gott. Das Gerät, das du gefunden hast, kann die Stimmung der Geister wahrnehmen, wenn du nah genug bist. Wenn du es noch nicht gesehen hast, geh zum Menü und schaue dir das Tutorial Video an, bevor du weitermachst. Wartet mal. Ich weiß noch von Manu, dass es eigentlich ein richtiges Video gab. Da. Wir hatten ja nur Sticker Reel. Da. Das Gerät müssen wir uns noch anschauen. Ja, sonst sieht das bei meiner Bildschirme nicht gerade gut aus. Also, hoffen wir mal nicht, dass ich mich verstehe. Okay. Geben mir doch ... Geben mir doch ... Geben mir doch ... Ers stayed rein! Pie Hallo? Maja, es ist Hannah. Hannah, wo sind Sie? Sie alle mich auf und hinterlassen. Wo sind Sie jetzt? Was ist das Nummer? Wir sind alle auf dem Hotel auf der Straße. Wie weit entfernt sind Sie? Ich weiß nicht. Ich werde es umdrehen, wenn ich da bin. Es gibt keine Ahnung. Es gibt keine Ahnung. Es geht nicht umdrehen. Es geht umdrehen, Hannah. Oh, listen. Make sure you're not in the office. Ah, Maja, I presume. Oh, don't be alarmed. Your friends booked you in. Let me just check. Ah, yes. Room 101. It's all been paid for, so you don't have to worry about anything. You're very nice friends. Very nice. And there's quite a few of you I see as well. Nice to see so many fresh, young faces for a change. You're here for the music festival in town, I presume? Yeah. We were supposed to be camping there tonight, but... There's hardly weather for that, is there? Will you be staying for breakfast? I don't think so. We'll probably just get going. That's fine. And if you don't mind me asking, Maja, would you be interested in the entertainment tonight? Tonight? It starts around midnight, usually. It's me doing it, actually. Comedy. I do this comedy character called Hugo Hunch. He's sort of this comedic sociopath. Says things that you're not supposed to say, and that sort of thing. It's quite popular with students. I don't think so. We're all just going to bed, I think. Are you sure I can't twist your arm on this? It's okay. I'd rather just go to bed. Sorry. Fine. Fine. Which way are the rooms? Just take the lift. You're on the first floor. Okay, thanks. Oh, and then drop your key off in the box, if you will, Maja, please, tomorrow. Okay. Best show in town, the note-takers. Who needs proper entertainment when you've got YouTube, or the tune of my face, or whatever. Stupid, uncultured... Do you have life-proof, too? They're courting. Don't start this again. I don't want to hear it, okay? Not tonight. Naughty children, a bad house. They need to be taught a lesson. Bad eggs need crackin', whack em' hard and crack the shell, kick em' down. Down the stairs to hell. You know what you need to do, Jimmy. Show them who's boss. That's the way to do it. Dude, there's some bad things. Let's... And. I'm all right. You know. All right. Sorry, look. I don't have to have a lot of you. I don't know. I have a lot of you. Das ist es. Go to sleep. Das ist es. Das ist es. Das ist es. Das ist es. Ein bisschen creepy hab ich das Gefühl. Uiuiuiuiuiui. Malte, was haben wir uns da eingebrockt? Ah, machen wir einfach nochmal ein neues Spiel. Haben wir eh erst angefangen. Das ist das Gerät, das du gefunden hast. Das ist es. Das ist es. Wenn du ihnen Einstiegsfragen stellst. Wie mache ich das? Wenn du keine Antwort bekommst, ist kein Geist in der Nähe. Das Geräusch bedeutet, dass ein Geist im hohen Energiezustand in der Nähe ist. Sag mal, was macht ihr da im Chat bitte? Äh, wie stelle ich Fragen? Warte. Ist jemand da? Ist jemand da? Hm. Wenn du Geister triffst, kannst du ihnen Fragen stellen. Paare ihre Antworten, um Verbindungen herzustellen. Wenn du alleine bist, kannst du hier die Antworten von Geistern überprüfen. Du hast noch keine Objekte zum Anschauen. Versuch, Kontakt mit einem Geist aufzunehmen. Okay, jetzt komme ich wieder raus. Ach, einfach wieder da drauf. Uff. Ach du Scheiße. Ist jemand da? Oh. Dann kriegt man echt so einen komischen Drehwurm. Alter. Okay. Ich meine nicht, dass es mir später schwindelig wird. Es hieß ja, im Erdgeschoss kann er nirgends sein, ne? Ja. Ist jemand da? Ja. Wer ist da? Okay, Nuki. Danke, dass du da warst. Vielleicht später, dann spielen wir Phasma. Das ist dann nicht mehr so schlimm. Uff. Oh Gott, bei mir ist es so dunkel. Und wenn ich aber auf den zweiten Bildschirm gucke, bei euch ist es gar nicht so schlimm. Wie ist das bei euch? Muss ich es heller stellen, oder? Geht das so? Du musst einen Kompass und einen Marken in den Spiegel finden. Ja, und wie kann ich mich bitte schön dahin drehen? Phasma ist gar nicht schlimm. Hallo? Hallo? Na, das ist auch nicht. Ist jemand da? So, wenn wir jetzt schon den ersten Stock, dann müsste er ja schon sein, oder? Was? Oh, da. Okay. Da war ich noch nicht. Ah, da fangen wir rein. Okay. Uff. Abgeschlossen. Ja, Kölnchen, deswegen gucken, spielen wir das jetzt auch zusammen. Nee, hab ich nicht. War das abgeschlossen. Oh, ihr seid gemein. Was heißt hier mit drei schreienden Weibern? Was heißt hier mit drei schreienden Weibern? Hä? Hä? Ach, okay. Ja, ich habe verstanden, dass ich einen Kompass suchen muss. Oh Gott, ich will gar nicht hoch. Aber Deathcounter, äh. Äh. Puh. Gibt das... Ah. Ich weiß nicht. Ich würde ja sagen, Manu, stell mal ein, aber... Das mitten im Play zu machen ist doch auch doof. Hä? Wie kann ich da... Ach so. Na? Ach, hoch und runter. Okay, okay, okay. Oh Gott, das klingt komisch. Äh. So. Ihr wolltet einen Quid-Counter, ne? So. Euer Wunsch ist mir Befehl. Text. So. Machen wir rot. So. So. Vielleicht hier oben oder unten besser. Na? Hier, oder? Oh. Alles klar. So. Mann. Lass man nicht alles für die... Community. Im Unity-Team macht. Also. Oh Gott. Ich habe Angst. Ich will da nicht raus. Okay. Oh Gott. Da komme ich dann nicht an die blöde Tür dort. Oh, ich habe Angst. Oh Gott, oh Gott. Manu, du bist doof! Okay, wir haben einen. Ja, bitte! Den Lager. Oh, den brauchen wir ja sowieso, ne? Türen können mit dem richtigen Schlüssel verriegelt und entriegelt werden. Konnte ich nicht auf irgendwen die zweite Schublade aufmachen? Oder kann ich das? Wie ist das eigentlich anders? Ah. Aber die Sicht können wir auch nicht ändern. Gott. Und hier. Okay, das macht sie automatisch. Wir müssen uns rantasten, Leute. Geh wieder rein, bist du bescheuert? Oh Gott. Oh, okay. Dann muss ich hier. Okay. Und wenn ich so das Schlüssel noch gucken will? Hier ist doch, dass es aufgeht oder nicht? Ja und wie? Oh Leute, ich habe doch kein Schimmer. Oh. Okay, ich muss gucken, wie. Ist jemand da? Nein. Oh Gott, da habe ich mich jetzt erschreckt. Okay. Das kommt doch erst später nachdem du irgendetwas gemacht hast. Das kommt doch erst später nachdem du irgendwas gemacht hast. Okay. Ja, das sehe ich genauso. Aber gut, wenn das Spiel so ist. Aber manu kein Spoiler. Mensch. Der verliert das Spiel ja anreiz. Hat jemand Lust auf eine Nachtparte? Okay, okay, okay. Oh je, ist das nur richtig. Du hast ein altes Blut verschmetzt. Das ist auch schon true. Du hast eine Flasche Carpentin und ein Feuerzeug. Okay. Okay. Oh, stimmt, stimmt, stimmt. Warte, ich gucke erst hier. Na, geh doch raus! Okay. Okay. Das war in die Richtung. Das Zimmer muss es gewesen sein. Okay. 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 Oh, du bist lieb, Kira. Okay. 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 Das hast du denn doch gehört oder bin ich jetzt doof? Nein. Das muss erstmal mit der Steuer um klarkommen. Okay. 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 Ich darf nicht durch. Das habe ich ja gesagt, da hab ich nicht mehr sagen. Manu, du solltest nicht spoilern. Nein, Spiegel wissen ja. Ach je. Ach. Oh Gott. Also erstmal bin ich so rein. Ich hab Angst. Ah, da war ich ja schon. Fazit, ich lauf grad zurück. Ja, ach so. Ich hab Angst. Ein schwarzer Raum ist immer ganz gut. Oh Gott, ich dachte da steht grad jemand. Oh Mann, mein Herz. Ich glaub so ein Pulsmesser wäre bei dem Spiel auch ganz cool. Oh, da kann man auch rein. Wir haben einen Spiegel. Mein magischer Spiegel. Erhöhle Tipps und finde Hinweise. Den ganzen magischen Spiegel nur benutzen, wenn das Symbol sichtbar ist. Entweder bei der Tür in einem Zimmer oder in der Küche im Erdgeschoss. Benutze den Spiegel um Hinweise darüber zu finden, wo du hingehst oder welche Objekte du als nächstes benutzen sollst. Er hilft dir auch verlorene Schlüsselkompasse und den Geist der Empfänger zu lokalisieren. Und wie mach ich das mit dem Spiegel? Ich merk grad, ich spiel schon wieder mit dem falschen Controller. Dann wundert's mich jetzt grad nicht. Oh Mann. Moment Leute. Ich geh gleich weiter. Süßes. Eins wird noch. Twix! Für alle! Ich glaub ihr gebt mir recht, wenn wir sagen, Manu hat nen Dachschaden. Knallt er mir hier grad voll ganze Packung Twix äh Twix auf dem Ding. auf Tastatur. Äh, mein PS4, aber ich spiel am PC lieber mit dem Xbox Controller. So. Ja. Lasch das. Lasch das auf. Okay. Wie zum Teufel können wir bitteschön eine Dings hier benutzen. Ja, aber wo ist... Oh. Ach, da oben! Ähm. Na. Oh jesses Maria. Ja gut, dann probieren wir es halt. Mit lause und Tastatur. Na. Da fängt er schon gut an. Oh. 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 Ich weiß nicht, was deineідste nicht so Elliot. Ah. Oh. Oh. Ich glaube mit Maus und Tastatur geht es auch. Du hast eine kindische, gewalttätige Zeichnung. Alter, was sind das bitte schön für Zeichnungen? Oh, du hast einige Flaschen Whisky und andere Spätuosen. Ah, jetzt geht es auch mit dem Schrank viel besser. Okay, du hast den Deadlock Schlüssel gefunden. Okay. Wenn ich den Spiegel jetzt richtig verstanden habe, dann müssen wir runter. Versuchen wir es einfach mal. Oh Gott, ich habe Angst. Wo müssen wir jetzt endlich hin? Oh, ich bin gut, ich bin gut. Ach so. Oh nicht, ich werde mich schnell betrunken. Ach, Untergeschoss ist lustig. Oh. Oh jeder. Der kriegt mal Angst. Ich würde gar nicht wissen, woher das Weinen kommt, das ist mir ein bisschen zu gruselig. Das hört sich auch an wie so ein kleines Mädchen wo weint oder so. Das hört sich auch an wie so ein kleines Mädchen woanders. Das ist eine sehr gute Idee. Okay. Lass uns das mal probieren, Kera. Oh Gott. Was? Nein, ich gehe nicht wieder in den Keller. Keller und kleine Mädchen, das ist nie gut. Nein. Was? Ich hau. Ich erkläre, wir hauen jetzt ab. Los. Wir hauen jetzt alle ab. Da. Oh nein. Warum nicht nicht wegen mir? Leute, das ist nicht lustig. Was? Ich fasse sowas. Aber jetzt wahrscheinlich müssen wir mit dem Mädchen reden, ne? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Hello. Eh-. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Sie haben Kontakt mit Eiming? Antworten ist aber großartig. Oh, so ein Arsch. Gott, das ist ein bisschen großartig. Und Frank hat es einfach mal alles durch. Ja, da sagt sie was Wahres, Kinder. Finger weg vom Alkohol. Ja. Okay. Äh, wie geht das mit diesen Kammern? Ah. Ach so. Okay. Ähm. Also muss ich das da hier hinziehen. Ein Junge namens Jimmy hat mich im Keller gesperrt. Und dann begann er Sachen von mir zu stehlen. Passt aber auch nicht möglich mit irgendwas davon zusammen, ne? Ah. Hallo? Ich schätze mal nicht. Oh Gott, das heißt, rein theoretisch müssen wir die Zimmer weiter untersuchen, ne? Waren ja nicht in allen dran. Okay, Leute, auf geht's. Oh Gott, ich glaube, ich habe ihn da gerade gesehen. Oh, da bin ich doof. Ich will nicht. Warte, 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 warte. Oh Mann. Ja, immerhin, kein Jumpscare, da hast du recht. Ich habe trotzdem allen Respekt davor. Oh Mann. Na, also in dem Raum waren wir noch nicht. 106. Okay, Leute. Warte, ähm. Hä? Oh Gott, ich habe Schiss. Noch ein Schlüssel. Ja, mir auch. Mir auch. Oh Gott. Ich habe ihn noch gerade gehört. Danke. Das habe ich selbst gemacht diesmal. Außer das Make-up. Ich habe Angst. Ihr hört ihn auch, oder? Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, das ist süß. Leute, ich hab echt Angst. Vor allem der sieht creepy aus mit dieser komischen Mütze, Perücken-Dings da auf dem Kopf. Mann, hau ab! Ich will keiner Jimmy. Ohi, ohi. Ich glaub, ich liebt you. Und euch hab ich auch alle lieb. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott.